Komm schon. Hey Kids, macht mal hin! Kramelte eigentlich nicht klar. So. Hey Bitch. So. Hier ist grad keins, ne. Was ist das da? Ein Defibrillator. Hier ist Verbandszeug! Ne, ich hab Medi-Kids. Hat jemand von euch noch eine Hand frei? Ja, warum? Das ist Defibrillator. Ich hätte aber noch eine. Was wir haben, haben wir. Elektroschockgerät. Achtung! Ja, oben gehen wir. Ja. Ja. Wer schmeißt denn bitte schön Pillen ins Closet? Liegen gelassen wird hier nichts. Wer fügt die denn raus? Ja, ich natürlich. Weckerchen! Also ich muss sagen, zuviert macht das echt Spaß. Ich hab immer gedacht, das kann bei Youtube nicht so geil sein, was die immer machen. Doch. Sache, das macht Laune. So. Wollen wir zum Vorfischspielern gehen? Ja, zum vor allem. Wie man gerade sieht. Mann, ziel mit dem Ding woanders hin. Ziel mit dem Ding woanders hin? Was macht ihr da wieder? Der Scheiße zieht los, ne? Ja. Das geht doch echt durch die Nase. Was macht ihr denn da? Achso. Na gut. Also, Evakuierung ist nicht. Wer ne Idee hat, möge sich jetzt bitte äußern. Das wird dich ja normalerweise nicht tun. Aber unter diesen Umständen hat Gibbs Junior wohl nichts dagegen. So, wo immer er ist, er ist stolz auf dich. Aber die tanken die Autos für so ne Show nie auf. Also müssen den Benzin besser. Sobald die Türen aufgehen, rammelt ihr los und sucht... Action! So, jetzt gehen wir zu zweit. Ich geh hier hoch und treff. So ein Scheiß. Nein, ich mach ihn nicht mehr. Schau mal den Messer. So, ich geh mal in die hintere Ecke. Ich komm mit. Poli hat's bitte getötet. Achso. Das ist ja gut. Fuck! Das wird keinen Spaß! Nee! Lade nach! Scheiße! Lade nach! Der ist ja gut. Der ist ja gut! Der ist ja gut! Der ist ja gut! Ah, ich bin... Pisser! So, wie sieht's dann aus? Sind wir noch fit? Jawoll! Warum liegen die Kanister hier auf dem Dach? Hau auf auf mich zu schießen! Lade nach! Lade nach! Hau auf! Hau auf! Hau auf! Ja, weg! Ja, klar! Aber wo will der denn hin? Also, geht doch! Ich bleib jetzt mal bei ihm. Lade nach! Ah, fuck! Ich hab ihn noch gesehen! Sauffacke! Lade nach! Sauffacke! Kommst du zu weit hier hin, dann müssen wir dabei sein. Ja! Schmeiß Kanister, ich pass auf deinen Rücken auf! Wer ist zurück? Achtung! Ach, das ist der Hände! Entschuldigung! Ihr seht aber auch echt alle gleich aus! Alle sind raus! Alle sind raus, ja! Wo bist du? Na, mach dich! Fackst doch alles hoch! Wer ist hoch! Lade! Ich hab ihn nicht zu tun! Treffer! Ich hab ihn nicht zu tun! Ich bin ganz sicher! Ich hab' Ich hab' Ich bin ganz sicher! Immer schön, wenn ich ein Benzin-Kanister verpugelde! Halt auf, ohnehin zieh'n! Lade! Lade! Achtung! Lade da! Scheiße, scheiße, scheiße Ah, Splitter! Splitter! Aua! Wegt eure Ersche hier rüber! Spreng nicht aus dem ersten Stock runter! Es ist zu hoch! Ach, ne! Scheiße! Kann mir mal jemand... Wär mal jemand so nett? Das wird nicht besser bei mir! Danke! Ich brauche Hilfe! Steh auf! Warte, Mann! Ah! Nein! Okay! Lade da! Weg damit! Sie sind gebunden, keine Stimme! Hapte! Denken! Denken! Du musst nachladen! Oh! 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 Schön den Panzer aufs Roll gegeben! Oh! Oh! Ach du Scheiße! Oh! So was! Doch! Scheiße! Warte mal! Muss mich heilen! Nicht? Kann mich mal jemand einen Moment beschützen? Ah! Fuck! Bin laut! Ah! 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 Ich sterbe hier! Ah! Ich sterbe hier! Ah! 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 Ich brauche Hilfe! Ich bin hier immer noch am rumvegetieren! Für dich! Versuch's! Ich bin noch unterwegs! Das ist ziemlich schlecht! Äh! Eil dich! Es ist gleich vorbei! Es ist gleich vorbei! Es ist gleich vorbei! Ah! Jetzt ist es vorbei! Jetzt hat sich noch ein U-Mann gekostet! Ähm! Nein! Noch los ich! Noch hab ich! 30! 30! 20! 7! Jetzt bin ich weg! Danke! Ah! Wie kamst du da hoch, Mann? Wo hoch? Der Kohli! Auf der Seite, wo du bist! Die rechte Treppe ganz schön! Die ganz äußere Rechte sind aber beim Kauten nicht rum! Aber auf der Gegenüberliebenden Seite! Woa! Oh! Stein im Face! Lauf, Bitch! Lauf! Vergiss es! Das Tank! Den kriegst du nicht weg! Allein! Schon gar nicht, wenn du auf ihn zuläufst! Ich weiß, was passiert! Ah! Ich verstehe! Ah! Verdammte Hacke! Das könnte wohl nicht wahr sein hier! So Jungs, das war's heute nicht! Ich will ja nicht schwarz meinen! Aber das hier überlebe ich wollte ich! Wann da wird's spät! Jetzt doch nicht, ey! Hier, äh! Wollt ihr mal? Was? Na gut! Achso! Oh nee! Ich hätte mich mit seinem Auto fotografieren lassen können! Dieser Apokalypse nervt! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Danach spiel ich mal einen Zombie! Danach spiel ich mal einen Zombie! Nein, wir machen das jetzt richtig und fertig, bitte! Das gibt's doch nicht! Action! Letzte Kack-Mission! Okay, gehen wir! Wir müssen jetzt fighten! Achso, hab ich noch reich? Ich hab wieder scheitern! So, hallo! Hier ein Hallo! Ein freundliches Hallo in die Runde! Nein, nix da! Empty! Ah! Verdammter! Halt! Jemanden Vorschlag! Hallo! So, am besten fangen wir mal damit an, direkt in den Aufzug zu gehen, ohne was rumzuschießen! Genau! Eins, zwei, drei... So! Die Speeder können wir vergessen! Vorschläge! Mir fällt da was ein! Kohli, zeig mal bitte, wie du ganz nach oben kommst! Hab mir gedacht, Jimmy gibt's Auto ist ja noch irgendwo! Da hinten! Wir suchen's, tanken's auf und fahren damit voll durch bis New Orleans! Genau! Oder moonwalkt die ganze oben! Raus aus diesem Drecksender! Ich wette, der Tank ist leer! Bevor wir hier abdampfen, müssen wir erst tanken! Ich bin dabei! Sobald die Türen aufgehen, nichts wie raus! Aber lass mich vorher noch ein wenig aufnehmen! Da ist nochmal eins mit! Wir müssen das Auto betanken! So! Ich geh wieder hoch in die Ecke! Ha, nein! Direkt schon, komm! Hab dich! Hab dich! Ha, oh! Ah! Aaaaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Chocky! Irgendwo! Es wird kein Spaß! Ich hab die beiden oben! Lade nach, weiter gehts runter, Achtung. Alter, was ist denn da los? Da ist der Jockey, bei mir! Ah, muss nachladen! Okay, Jockey weg. Wuhu! Ah! Lade nach! Nichts Treppe. Yeah, Fickfiecher! Ja, Fickfiecher! Au! Das ist eine Scheißidee. Ach, da war es das. Ich muss anhalten, ich neben der Pfingstmeist mehr. Beim Einziehen. Jetzt! Ah! Was ist los da? Los! Da ist der Jager! Ja! Oh! 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 Lade nach! Lade nach! Lade nach! Okay, wieder hoch. Das ist schön, wie es von einem Moment auf die Hand ist. Hey, Munition! Ja! Ach, hinter dir, Henne. Henne, äh, heil dich mal! Der ist auch mal. Achtung, Tank irgendwo! Da ist er! Au! So! Das war ja fast souverän! Das ist das nächste Stockwerke. Die ich glaube hier. Die andere fliegt nichts mehr. Die andere fliegt nichts mehr. Die andere fliegt hier ab auf der großen Treppe. Lasse diese Geräusche. Hier können ständig kommen. Ciao, ciao! Ja! Lade nach! Juhu! Ja, weiter. Wieder vier runter, okay. Boah! Ah, irgendwas spinnt. Spinnt irgendwo. Scheiße, scheiße, die Ecke. Kann ich gewinnen. Lade nach! Juhu! Okay. Ich hab ihn unten. Okay, wir können weiter. Jungs, seht ihr da unten? Also, der Henne und ich werfen. Ja! Nachladen! Schock. Lade nach! unser Land! Schock! Schock! Komm mal zum Sinne! Schock! Schock! Schlangen! Schock! Was ist das denn? Hilfe! Hälte erst mal Koli, ich kann mich hier selbst buchen! Die haben sie aber gegeben! Nein! Scheiße! Hält mir erst mal Kohli, ich kann euch selbst! Schon hat ein Jockey aufm Kopf! Komm ich da hoch? Ja, dann kannst du weiter gehen! Einfach runter! Ah Jockey! Geh weg! Lade nach! Uhu! Lade nach! Lade nach! Geh weg! Ich hab' einen Smoker für diesen Tod! Scheiße! Komm schon, Regen, komm schon! Scheiße! Hier ist schon wieder ein Tank! Hat einen! Scheiße! Ich hasse Tank! Ich hab' einen Tank! Geil! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Na, der hört Arsch aus! Mal! Mal! Ah! Fuck! Boomer! Ich hab' einen Tag! Drove! Ich hab' alle! Häh! Ich hab' einen Tag! Ich hab' einen Tag! Ja! Nein! Ich hab' einen Tag! Oh, euer Ernst? Ah, fuck! Ich könnte mich doch nicht gegen den Tank alleine lassen! Fuck, das ist doch zum Kotzen, ey! Ey, ist aber... Hilfe, Hilfe! Scheiße, das passt nicht! Schon, stecks weg! Ist alles okay! Das ist doch nur Schwierigkeit normal, jetzt stellt euch doch mal nicht so an! Das kann doch nicht so an, das ist doch so gut gerade! Ich hab jetzt vielleicht noch ne halbe Stunde, ja? Dann muss ich noch andern Schaden kommen.